Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ähm, ja, es geht weiter. Ich hole jetzt hier meine Leute zusammen, damit wir angreifen können. Nur, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich mein Pferd jetzt hier abgestellt hab. Was eher etwas ungünstig ist, sag ich mal. Das heißt, wir machen einen schönen Waldspaziergang hier. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Na ihr? Wie geht's heute so? Ja, ich renne hier mal lang, ne? Danke sehr. Boah, wenn bei uns so ein tiefer Schnee wäre, ey, das wär echt schön. Na gut. Ja, du darfst auch gerne schwimmen. Du brauchst nicht auf Zehenspitzen durch den Seetappen. Tag, Tag, Tag. Habt ihr ein Pferd? Habt ihr ein Pferd? Habt ihr ein Pferd? Nein. Habt ihr ein Pferd? Ihr? Nein, nein. Schade. Also gut. Haben alle nur Hunde? Keine Pferde. Ich brauch ein Pferd. Gib mir ein Pferd. Das Pferd von Erd. Ja, wie gesagt, du darfst auch gerne schwimmen. Jetzt sind wir schon mal wieder im Jagdrevier Concord. Und hier ist auch ein Weg, das heißt, hier können wir ein bisschen schneller lang laufen. Und hier können wir auch ruhig wieder, ah, doch weiter den Weg benutzen. Querfeld ein dauert dann doch etwas länger. Vorne im Dorf müssen wir auch schon hin. Springen wir einfach mal fröhlich. Ja. Tralala. Und hopsasa. Alles Klärchen. Da vorne müssen wir anscheinend ins Haus rein. War das gerade eine Katze? Hallo Katze. Hallo Katze. Aha. Wenn wir mit ihr interagieren, läuft sie also um unseren Fuß herum. Ist doch mal nett gemacht. Was können wir eigentlich mit dem Huhn machen? Ja, versteck dich halt. Ach ja, füttern. Richtig, hatten wir ja schon. Können wir es auch umbringen? Nee. Na gut. Auf ins Haus. Hier können wir rein. Und dann noch in den oberen Stock vermute ich mal wieder. Oder auch nicht. Fünf Monate später. Oh. Oh. Hör, hör, hör. Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Naja, ist schon eine harte Arbeit, sich den ganzen Tag zu besaufen. Man muss ja auch seiner Leber Arbeit geben. Und sonst ist da ja nichts los. Da ist ja dann Todehose. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder ein Pferd. Jetzt ist es verdammt heiß. Ja, ich würde auch sagen, dass es jetzt ein Sumpf ist. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, Wind. Wir wollen gar nicht wissen, was ihm geschieht. Dieser Lump. Dieser Lump. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst abbreiten. Ich vermute mal, Bulldogge war nicht begeistert nach unserer Nummer. Nope. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und unvergeben will. Er ist gut mit Wochen. Ganz besonders, wenn es um Schleichereien geht. Man fängt ihn sicher mit offenen Armen. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Natürlich folge ich ihr. Was denn auch sonst? Ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Na, wir kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Logische Schlussfolgerung, nicht wahr? Und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forst, schmieden Allianzen. Aber es ist ja auch nicht gerade sinnvoll, wenn sich auf der Welt alle Völker immer weiter ausbreiten. Zu der Zeit war das dann noch nicht so kritisch wie heutzutage. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben Ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder Sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zuzuschlagen. Redox selbst nur sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seine und am Schleichen nicht unten dran. Der Angriff ist die perfekte Decke für mich. Ich habe den Truppenstutz zu versetzen. Alles klar, wir verkleiden uns mal wieder. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kaine erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir brauchen das für Akku-Moment. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer erreicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Ja, super. Das habe ich ja echt richtig gut hinbekommen. Versuche ich das halt nochmal. Das ist ja jetzt sinnlos, da irgendwas zu versuchen. Mit den paar Leuten, die ich hatte. Versuche ich einfach mal hier. Obwohl, da ist auch kein Gebüsch mehr. Alter, ich bin noch in der Deckung. Ja, komm, nehm ich. Finden wir halt alle Pech gehabt. Warnung, Sperrgebiet. Ah, ja. Schießen wir den mal wieder. So. Nochmal schön zwischen die Rippen. Dann gibt er auch schon nach, ne? Oh mein Gott, wir haben es nicht geschafft, zwei Milizen zu eliminieren, ohne Alarm auszulösen. Aber wir wollen ja auch heute mal ein bisschen Action drin haben. Und nicht immer noch die optimalen Ziele da erreichen. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Also gut, wir sollen weiter reiten. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Die Franzmänner. Habe ich auch noch nie gehört. Und lasst mich doch mal hier durch. Dann wird er wohl möglich bald keine Männer mehr haben. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen. Nein, wenn wir gewinnen. Dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen. Und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen. Eine klare Befehlskette. Anführer und Gefolge. Ohne diese Struktur kann es keinen Sieg geben. Habt ihr das verstanden? Ja, Sir. Achtung! Wollen wir doch mal schauen, wo er hin ist. Achso, wir fallen dabei vom Pferd. Ja, gut. Das ist ja auch mal super. Hätte auch mal jemand vorher sagen können. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, das kann ich doch nicht wissen. Hätte man sich zwar denken können, aber kann ich doch nicht wissen. Oh, das kann ich doch nicht wissen. Gut, einen Schuss habe ich noch für den letzten Karren. Allerdings ist hier nirgendwo mehr ein Karren. Das ist relativ doch da. Hey, ich will schießen. Danke schön. Wir den Punkt schon mal. Ich frage mich gerade, warum die anderen ihn nicht mal aufhalten, weil die waren gerade direkt über ihm. Okay, so geht es natürlich auch. Die Pistole ist leer. So gehört sich das. Tja, dann versucht er schon wieder mal zu rennen. Lauf, Forrest. Lauf. Alles klar, dürfen wir mal wieder hinterher rennen. Oh, doch, das hast du sowas von verdient, du Arsch. Richtig schön in den Arsch reingedrehen. Warum, Herr Isen? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind auch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skubel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Sämel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen? Die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Anstatt, dass er einfach die Klinge aus seiner rechten Hand ausfährt und ihn mir dann direkt ins Herz sticht. Nein. Okay, wie hat er jetzt ihm den Ring abgenommen, ohne den Handschuh abzumachen? Ist ja auch egal. Ich will das weiter gar nicht kritisieren. Auf jeden Fall die Umgebung finde ich geil. Also dieser Wechsel. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Follow me. Follow me. Alles klar, folgen wir ihr mal wieder? Ah, eine Höhle. Ist das nicht die gleiche vom Anfang? Okay. Nein. Nein. Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Steckt das Amulett ins Loch und fertig. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yorzizizu. Achso, ja. Yorzizizu. Sehe ich genau so. Ihr Weg war beschwerlich. Voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder. An ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güter entgegengebracht, Siro. Ich danke dir. Ich muss sie gehen. Die Bredout Expedition haben wir erfolgreich abgeschlossen. Natürlich nicht mit voller Synchronisation, weil wir nicht unauffällig die Soldaten gekillt haben. Aber ansonsten haben wir das geschafft. Und die Hülle haben wir auch gefunden. Und jetzt dürfen wir wieder warten, bis es fertig geladen ist. Da sind wir zurück in Boston ein paar Tage später. Und was uns hier erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dann Leute. Ciao.